Bei der Todzeit geht man nach unten rechts zu diesen Schneemannern. So, herzlich willkommen allen Freunde, zurück zu unten rechts. Dingsi bumsi. Heute belügen wir die Leute. Wir belügen die in allem. Wenn die mich was fragen, ich lüge nur noch. Ja, das ist meine Aufgabe heute. Ich denke, das könnte sehr, sehr lustig werden. Also ich stelle es mir lustig vor. Wenn jetzt jemand fragt, wo warst du, dann würde ich lügen. Hallo, hallo, hallo. So, es haben ja alle Schlüssel gemacht, meine Freunde. Ja, stimmt, aber das... Oben links. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Oben links. Jeder muss einen Schlüssel haben. Ich hatte keinen. Und das ist Moritz. Okay. Für mich ist es Conny. Wenn ihr mich beschützen wollt, dann müsst ihr Conny rauswohnen. Warum? Glaub nicht, dass das klappt. Es ist so. Nein, weil... Das Ding ist, wenn jetzt jeder sagt, zum Beispiel, wo der Schlüssel ist, war, dann... Ja, wo war es denn? Zwei Leute, sie müssen doppelt sein. Ja, guck mal, wenn ich jetzt sage, wo der Schlüssel war, dann müssen wir anderen das doch auch. Nein, es ist ja jeder unterschiedlich. Nein, es gibt sechs Stellen. Oben rechts. Ich hatte keinen. Oben rechts. Aber nicht der erste, sondern der zweite. Oben rechts. Ich hatte keinen. Was? Oben links oder oben rechts? Oben rechts. Der zweite. Wer ist da? Ich hatte keinen. Lexi? Ich hatte Mitte rechts. Mitte rechts. Ich hatte keinen. Es könnte halt auch ein Versuch sein, von Conny einfach direkt mal zu killen. Ja, Mist. Wer hat gesagt oben links? Ja, oben rechts habe ich gesagt. Conny hat gesagt. Achso. Ne. Conny! Tobi? Tobi, für wen hast du ein? Nein, Mann. Ihr seid doch los. Ganz ernst. Ganz gebt keins. Was denn? Wo dein Schlüssel war? Oben. Um links. Oben links. Ok. Ich weiß, worauf Conny abzielen möchte. Ich auch. Das ist so lustig aus. Ne, ne. Mach mal jetzt nicht. Das wäre doch. Ach, ich gebe ja noch. Schade. Ja. Beim nächsten Mal müssen es dann alle Conny. Ne, deswegen machen wir es nicht mehr. So. Jetzt wissen die. Jetzt haben die. Jetzt denken die. Was ich jetzt. Oh, warte. Ich habe eine lustige Idee. Ich habe echt eine lustige Idee. Vielen Dank für diesen hilfreichen Beitrag. Dann. Dann sieht das so aus, als ob ich hier. Gerade rausgekommen bin. Ja. Wie kann ich das denn nehmen? Da kann sich muten. Danke. Oh Gott. Ach man. Leute. Wo kann ich mich denn hinstellen? Das aussieht, als ob ich da gerade rausgekommen bin. Oh. Mann. Ähm. 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 Wichtig. 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 Wo wart ihr alle? Fresse. Wo wart ihr alle? Drei waren oben im Office. Einer war beim H2O und es waren zwei in der Cafeteria. Ich war bei Mastroiden abschießen. Ich war bei der Rakete. Mann. Ich habe das so gut gelogen. Ich war im Admin. Ich war im Admin. Ich war im Admin-Ding. So. Leer oder nicht bei der Rakete. Also ich bin bei der Rakete. Ohne. Rechts bei der Rakete. Wo man die Schutzschilder macht. Mann. Was warst du denn mit den Schutzschildern? Ja. Die sind so ne lustige Runde haben und die versaut mir alles hier. Wer war beim H2O, also beim O2 Raum. Beim Sauerstoffraum. Das war links, ne? Ja, links. Irgendwo. Ich weiß, ich bin von links irgendwo gekommen bei so nem Elektrik-Dingster. Ja, kommt hin, kommt hin. Tobi war es nicht. Ähm. Also es waren zwei im Office. Zwei im Office und drei oben da rechts. Bei der Rakete. Ja. Drei. Drei. Ja, weil der Rakete ist keine Leiche. Weil ich bin da gerade. Ja. Und mit wem warst du noch? Alleine. Und Leon kam ja von einer anderen Richtung. Leon hast du noch jemanden gesehen? Ne. Ich... Also ich war gerade eben in Mid-Bair und hab mich grad scannen lassen. Wer hat dir jetzt noch nix gesagt? Nix nie. Doch, ich war ja... Ich war... Ich war... Um an dem... Wo man suchen muss. Äh... Diesen... Diese Planetenteile da. Und davor war ich... War ich beim Thermometer da rechts. Aber... Das da war... Wie kann das sein, wenn zwei in der Cafeteria sind von drei oben? Also ich schätze mal oben bei den drei Leuten... Eher unwahrscheinlich. Dass derjenige der in der Cafeteria war. Der anderen umgebracht hat. Aber ich weiß nicht, wer es war. Weil... Also ich glaub nicht, dass es Tobi ist. Ja, wo war denn die Leiche? Ja... Wei... Weiß ich nicht. Tobi? Ja... Dort... Dort rechts, ähm... Ein bisschen rechts vom Elektriotal. Oh, zum Glück habt ihr gewählt, ey. Conny... Komm mal! Conny, was hast du eigentlich gegen mich? Ich glaub, du bist... Du bist mir so spekt. Du... Ach, ihr seht gar nicht das Teamfenster. Ich hab dich noch gar nicht gesehen, die ganze Runde, ne? Ich hab dich auch nicht. Ach man, muss ich jetzt die Aufgaben machen. Ich guck mal Tobi zu. Nachdem er den Eindruck leider kam für mich. Er ist dann noch relativ neu bei uns. Dem... Dem gönne ich mal den Sieg heute. Weil er steht da irgendwie die ganze Zeit nur auf Kai rum. So gönne ich dir den Sieg aber hier nicht, ne? Kleiner. Okay, während du da wartest... Okay, er geht nach da oben. Zack und zack! Wo ist der hin? Ah, da. Mhm. Bin mir nicht so sicher mit... Dings. Ob das Conny da überleben wird? Das bist du nicht? Wo willst du denn? Och boah, ich hasse dieses Planetensuchen, ne? Es regt mich einfach nur auf. Hä, du bist das doch nicht! Ne. Ach, ich konnte ja noch weiter nach rechts. Ähhh... Hallo? Hä? Den gibt's hier nicht. Okay. Ich bin durch mit meinem Tast. Ähm, ich war mit Noah. Ich war mit Noah. Ja, das ist doch... Ja, das ist doch... Sorry. Ich kann sagen, dass ich die Leitiger gefunden hab. Was hast du die Leitiger gefunden? Du hast die Leitiger gefunden? Ja, die ist ganz links unten. Ich wollte gar nicht warten. Ernst Ding. Ja. Okay, Lexi. Na? Du weißt, wie war... Oben, ja. Ja. Ach schon. Du hast was gemacht. Dieses... Wo du einfach nur Knopf da umdrückst. Und dann hab ich die Asteroiden angeguckt. Und nochmal die Rakete. Ja, bis dann tatsächlich rausgekommen. Und dann bist du zum rechten gegangen. Ja. Dann hab ich geguckt, ob der ist Tobi getrückt. Aber hat er euch... Aline kam von rechts. Ja. Äh... Lexi ist es. Wieso das denn? Ich bin durch mit meinen Tasten seit dem Knopf. Also... Ich lauf jetzt irgendwo rum. Also... Ich weiß nicht, was du gerade beim Scannen gemacht hast. Aber als ich angekommen bin... Ich hab mich gescannt. Und dann stand ich noch kurz da, weil ich... Jemandem helfe bei nem Problem hier. Und deswegen stell... Deswegen hab ich schon öfters erwähnt, dass ich... Ich weiß nicht, Lexi. Gerade eben läufst du noch irgendwo rum. Jetzt musst du jemandem helfen. Äh... Der... Weil ich bin da hingekommen und Lexi stand erstens nicht mit dich auf dem... Das hat... Hä? Du standest nicht mittig drauf? Echt? Ich hab nicht... Okay, dann schwachs rum, weil ohne Witz du standest da so weit... Also wenn die Mitte da ist... Wenn ich in der Mitte stehe, du weiter links von mir und dann so... So dachte ich... Du kommst halt nicht drauf, weil ich mich's gerade scanne... Und dann bin ich weggegangen. Jetzt mal Tobi denkt... Äh... Ach... Ach gar nicht. Der Tanker ist tot, ne? Nee, der lebt noch. Nein. Sag mal... Wo... Äh... Noah, wo machst du eigentlich? So Leute, ich weiß, wer es ist. Es ist Noah. Glaube ich. Ich glaube, es ist Noah. Ich glaube, ich glaube. So, die sagen gerade nichts. Aber... Sie wählen. Noah hat irgendwas gesagt, was sie wohl... Zum Wählen... Beauftragt. Da hast du irgendwie noch gesehen. Oh. Sieht nicht gut aus. Oh Gott, die können jetzt echt gewinnen. Die können jetzt wirklich gewinnen. Oh mein Gott. No one was injected. Keine Ahnung. Den Kram macht aber Chaos. Kann auch mal den Tod ums machen. So. Dann. Phoebe steht wieder hier dumm herum, wie immer. Natürlich sehr praktisch für ihn. Machen wir jetzt die Aufgabe eigentlich? Ja, ne? So. In der nächsten Runde werden wir auf jeden Fall nochmal lügen. Ach man. Und so tun, als ob wir ein Imposter sind. Yeah. Cool. Guck mal, wie er da einfach nur herum steht. Als Imposter. Das ist ja richtiger Trash. Er wartet, bis er killen kann, oder was? Das ist ja echt Trash alles. Och ne. Ich will dieses Trash eigentlich nicht im Mund haben. So. Tobi bewegt sich jetzt. Nicht gerade. Wie? Was ist? Och. So. Bitteschön. So. Was muss man noch machen? Da muss man noch ein paar Sachen machen. So. Hier haben wir schon wieder eine Leiche. Zack. Zack. Aber auch. Boah. Sie haben schon niemanden gefunden. Ähm. Wo seid ihr? Sofort. Ich bin dort. Rechts oben. Und will so eine Tür aufmachen. Ich chill bei den Camps. Melanchisee. Maxi! 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 rin! Reden! ich war die ich stehe ganze bei den kameras ich bin durch mit meinen tats so ist das richtig angemacht wenn die kameras aus sind da habe ich jetzt nicht drauf geachtet weil die flesslich funktioniert da ja trotzdem normal also ist ja trotzdem alles dann müsstest du den kegel sehen ich bin nicht in alten kanal ist gleichzeitig ich habe unten links die abfallaufgabe gemacht und die labyrinth aufgabe ja ich habe eigentlich gar keinen gesehen hat irgendwer von euch bin anders gesehen ich bin mir sicher dass es dort hinaus simon liegt bei weiters und tv ist rechts da hatten in zwei waren office trainer und die sind dann anscheinend nach rechts gelaufen simon hat der guter peter totes und da wurde getötet warum bist du es nicht weil ich ein admin war mit alleine wo liegt eigentlich die leiche beides also auf der rechten seite pass auf wenn ja wenn er also ich kenne zwar lust sein aber ich glaube und wer nicht imposter ist der lebt wir müssen das jetzt machen sonst haben wir verloren wir müssten ernauer was mit zu viel druck so wenn die runde vorbei ist dann so wenn ich los so wenn ich los siehst du oh mein gott so was war das denn jetzt und wer war das na Ja, okay. Na, ich's im Posti. Äh, Leute, ich möchte ja die letzte Aufgabe machen, ne? Aber ich finde diesen scheiß Planeten nicht, den gibt's hier nicht. Doch, gibt es. Nee, wirklich nicht. Da, wo's mir piept, da ist. Da, wo's mir piept. Ich bin hier schon fünf Minuten, ja, und finde diesen scheiß nicht. Du schaffst das. Hä, lol, ich hab auf einmal einen anderen Planeten da bekommen, als Bild. Naja. So, ich mach jetzt die letzte Aufgabe, weiß ich nicht. Moritz ist als erster gestorben, macht jetzt die letzte Aufgabe. Ja, ich hab im Twitch-Stream nachgeschaut, bei Tobi. Hätte Noah nicht, äh, hätte... Hä, wer war's denn? Hätte Noah nicht... Tobi und Noah. Tobi und Noah, äh, wäre Tobi nicht raus gewesen.